Können wir noch nicht aufhören, können wir noch nicht aufhören mit dem Zoll, weil fucking Harten heute so geil ist. Lassen wir uns ein, bei mir ist scheißegal, weil ich glaube die Leute haben noch Bock auf eine Runde, oder? Keen Haken, Keen Haken, Keen Haken. Jetzt hoppen wir uns alle hin und wenn wir uns drehen, drehen wir einmal richtig frei, ne? Damit das Räderrennen auch sieht, dass wir in der echten Band sind. Okay, mein Playback ist heute in die Stadt, muss ich sagen, das macht sehr, sehr gut. Bagger, du machst dich hoch und dein Füße, oder geht gut? Der blonde Q schlick da vorne ist Amerika, alle Chitten sich nur, alles geht. Kopf, jede Kasse in Brille voller A.O.K. Du hast das Nudeln auf, jede Beende. Und ein Knack hat sie das, um sie warm anziehen. Und Kippen aus dem Stehland an. Du hast heute vor dir, wo du achten geh. Da sind wir aber mal in der Kasse. reborn in der Kasse. Immer noch besser, immer noch besser. Und das ist immer noch besser. Das ist immer noch besser. Ich bin der Dage!